Wenn man wirklich ehrlich ist, dann ist das meiste, was Frauen so tun und von sich geben, für uns Männer nicht nur unverständlich, sondern einfach uninteressant. Das betrifft jetzt die Weltanschauung, ihre Hobbys und Vorlieben, all sowas eben. Da ist im Prinzip, was mich betrifft, selten was dabei, was wirklich beeindruckend ist. Und muss es ja auch gar nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht Sinn der Sache. Aber Männer, die sich da gegenüber Frauen so super schnell beeindruckt und hyper verständnisvoll zeigen, naja, die wollen im Kern auch nichts anderes als ins Bett mit dieser Frau. Also Männer, die sich super beeindruckt und verständnisvoll gegenüber einer Frau zeigen, die sind in Wahrheit einfach nur unehrlich, indem sie nämlich so tun, als wären sie ihr allerbester Freund. Das allerdings kriegen Frauen oft sehr schnell mit und verfrachten diesen Typen dann unmittelbar aufs Abstellgleis. Wer sich verhält wie ein guter Freund und Kumpel, der wird eben auch so behandelt, ist ja ganz logisch. Und je mehr du versuchst, die Frau nachzuvollziehen und ihr Freund zu sein, desto schneller verlierst du meist deine Anziehung auf sie. Mann und Frau sind von Natur aus jedoch so unterschiedlich, dass es da gar nichts nachzuvollziehen gibt. Also in Bezug auf die komplett verschiedene Natur von Mann und Frau, deren Gedankenwelt, deren Reaktionen, Weltanschauungen und so weiter. Bezug auf die Welt, die Frau nachzuvollziehen und so weiter.